Für uns ist es völlig inakzeptabel aus unserer Werteordnung heraus, aus unserem Verständnis von Selbstbestimmung der Frau, wenn Minderjährige verheiratet werden. Wir wollen, dass Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland ihren Lebensschwerpunkt haben, nicht mehr nach ausländischem Recht heiraten können, sondern nur nach deutschem Recht. Und dieses deutsche Recht dann fortan vor sie, dass das erst ab 18 Jahren möglich ist.